Hey, hey Leute, was geht? Hier ist euer Memento Mori und ich heiße euch herzlich willkommen bei mir auf dem YouTube-Kanal. Wie ihr seht, mit der Wolf am Morgen aus Episode 3 und wir müssen hier nach anderen Personen suchen oder nach Indizien der Butcher. Was ist das? Ein Paket, das mit jemandem, der der Butcher nennt. Hm. Auch noch nie gehört. Was war da drinnen? Ich schätze, was Fleischiges. Ich werde immer wieder auf dem Nachschraub von seinem. Ich werde auch. Kann ich jetzt zum Leben gehen? Bitte? Ist das ein Glamour-Tub? Mami lässt wirklich niemanden mit dem spielen spielen. Vertraue mir, ich habe versucht. Oh nein, 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 nein. Bitte, 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 genau wo du es gefunden hast. Niemand kann mit dem spielen spielen. Alles klar, honey, Bigby wird es nicht verbrechen. Nein, du wirst nicht verstehen. Wir machen es. Wir machen es. Wir machen es jetzt. Ich will nicht... Ich will nicht... Ich will nicht... Ich will nicht... Ich will nicht in Probleme kommen. Leer. Anti-Greenleaf. Es tut mir leid, wenn du es so schnell machst. Sie hat uns angelogen. Kein Bullshit mehr. Kein Bullshit mehr. Helf uns bitte. Helf uns, Crane. Das ist alles, was wir brauchen. Das ist nicht alles, was wir brauchen. Also? Ich bin kein Fortunterer, Wolf. Ich habe keine wunderschöne Idee, wo er zu ging. Du musst etwas wissen. Obwohl du eine Reziplin für Al's Stur. Warum? In dem Namen von alles Heilig. Du schütztest dich diesen weaselnden Scheiß? Ich meine... Was auf der Erde hätte er getan, um diesen typischen Loyalität zu verdienen? Crane könnte morgen hübschen Bogen sein. Und du würdest mich nicht kreieren. Aber das bedeutet nicht, dass ich dir nichts erzählen kann. Du hast Freunde, nicht wahr? Ich will nicht Crane's Freunde. Bitte, Craneweave. Crane ist ein Mörderer und er ist weg. Du möchtest deine Fakten auf das zu checken. Es geht nicht. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe kein Interesse, in sich zu einem Skink, die unter Böckchen geblieben ist. Es gibt hier Gewerke, außerhalb deiner patschenden Autorität. Was auch es ist, Craneweave. Was auch es ist, was dich von etwas sagen lässt... Wir können dich beschützen, okay? Was auch es ist, was du schütztest, kannst du sicher, dass es nicht passieren wird. Du hast keine Ahnung, was passiert, oder? Du? Okay. Wisst ihr, was ich denke? Ich denke, wir sind mehr als patient mit dir. Diese Kirche hat sich verkaufen illegalen Glamour, die weiterentwickeln alles, was wir haben. Sie hat ein Fugitier mit der Erwartung und jetzt sie resistiert alle versuchen, zu machen, was richtig ist. Oh. Oh. Wie schälerst du, Sie sind hier und rätst mich die einzige Sache was... diese Atmosphäre ist er. Es hat Teil der Familie und es ist die einzige etwas, das für das Verdammenshaus bezahlt. Und die Fäbeln, die die Glamour von dir kommen zu mir für Hilfe. Oh. Seminer, wo sind sie da hin? Oh. Guests einlöses und zwei Blödsche werden tot Massimo Es ist auch dieser Schade mit ihr zu verlieren. Du denkst, ich mag die alte Frau in diesen Storien sein? Die Männer sind Hörer, die Frauen sind Hörer. Und die alten Hörer, wie ich, können jeden, den sie lieben, sterben. Wir haben sehr unterschiedliche Worte, um unsere Feinde zu behandeln. Sehr unterschiedliche Worte, um es zu behandeln. Und ich benutze sie als Grund, um Menschenleben zu verbrechen. Entschuldigung, Sharon, bitte. Greenleaf schneidet richtig, das Baum muss gehen. Nein! Ich sage dir, ich sage dir! Krane war hier. Er war hier, und er ging. Er ging zum Pudding und Pie, um meine Ring auf die Mädchen zu holen, um Informationen zu bekommen. Was macht die Ring? Er denkt, es ist die Ring des Dispel. Sie wissen, dass es die Protektion um die Mädchen zu verbrechen. Er sagt, dass die Wahrheit aus ihnen die Wahrheit erneut wird, seine Innocität. Es wird nicht, aber. Die Frau verletzt seine Macht seit Jahrzehnten. Bitte, bitte, du kannst ihn, wenn du weg bist, okay? Geh, einfach weg. Und nicht, nicht, nicht meinen Baum zu verbrechen. Ich begele, ich begele, ich begele. Nicht zu verbrechen, bitte. Das sind deine Orte. Burn, motherfucker, burn. Sieht schön aus. Sieht schön aus. Du hast mich verbrechen. Kennst du das? Und dann hast du die einzige Maßnahme, die ich in diesem schrecklichen Welt habe. Welche Monster sind Sie? Welche schrecklichen, 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 schrecklichen Monster sind Sie? Ich habe nichts! Nichts! Du hast alles aus mir genommen genommen. Ich habe nichts! Das ist Crane's Auto. Okay, jetzt finden wir Crane. Okay, nun finden wir Crane. Geh weg. Weg. Weg mit dir. Hey, du kannst nicht nur da rein gehen. Natürlich können wir. Wir haben ein Problem. Sag mir, wer es hat. Sag mir, wer es hat. Ich weiß, was du weißt. Herr Crane, bitte. Du kannst dir nicht helfen. Ich weiß, dass du weißt, was der Plan ist. Ich werde mir nicht dafür verantwortlich sein. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin sorry. Ich... Crane, geh weg von ihr! Aber du bist in Ordnung, ich bin sicher. Ich habe nichts getan. Die Mädchen... Die Mädchen... Sie werden mich zurück. Ich... Ich... Ich muss nur den dummen Ring arbeiten. Das ist alles. Sie können nicht reden, wegen diesem Spell. Aber wenn dieses Ring durchgeht, dann weiß ich, was passiert. Und das ganze Ding wird übergehen. Das ist alles. Bitte. Ich bin innozentig. Komplett, komplett innozentig. Es ist nur... Ich werde euch zeigen. Der Ring funktioniert nicht. Greenleaf-Soldier. Was? Nein. Das wird funktionieren. Ich versuche dir. Es muss... Ich... 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 Was ist passiert? Warst du immer so? Nicht immer. Es begann, wie viele Dinge tun, sehr, sehr klein. Nicht mehr als ein Gefühl. Aber ich habe diese Frau nicht töten. Ich glaube, er hat es nicht getan. Was? Schau an ihn. Denkst du wirklich, dass dieser Mann diese Frauen töten? Er ist nicht... Er wäre nicht so nett genug, nicht um seine Stampe auf die Welt zu kratzen. Er ist ein wunderschösser Kerl. Er hat nie gehört. Wir haben diesen Mann gebeten. Aber warum jetzt? Weil... Schau an ihn! Du hast gesagt, du hast Ebenen gefunden, dass er die Fäbletown verbreitet. Dass er unsere Geld für seine eigene... ...Ambitionen. Das ist eine Sache. Aber hast du nicht, dass er ein Mörder ist? Wir haben ihn beide so lange kennengelernt. Ich kann nicht glauben, dass ich das höre. Hast du gesehen, wie er schaffte, als du kamst? Ja. Ich weiß, wie das... Warum würde er sogar hierher kommen, wenn er nicht die Fäbletten aufbauen hat? Ja. Also sagen... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Okay. Er ist sicherlich. Aber es gibt eine Unterschiede zwischen der involviert und dem Mann, der das gemacht hat. Okay. Aber wenn Crane nicht die Fäbletten und Lilly... Entschuldigung. Aber wer das verdammt hat? Wir finden das heraus. Du weißt, wenn ich dich zurückgekommen habe, dachte ich, dass das Ende war. Wir wissen, wer es schnell gemacht hat. Wir wissen, wer es schnell gemacht hat. Wir glauben uns, Vivian. Ich wollte nicht das, dass es so... Du hast du Geld aus der Fäbletten für Jahre, nicht? Genau. Ja. Wir werden dich nicht töten. Also stopp dein Schmerz. Ichabod Crane, du bist unter Verwaltung für die Verwaltung der Fäbletten-Fäbletten. Du hast das Recht, die Verwaltung, das Recht, die Verwaltungen zu schützen. Aber wie gerade jetzt, kommst du mit uns. Du warst unglaublich glücklich, Frau White war hier, um deine Fäbletten zu retten. Denn es war nur für mich. Du hast die Hände aus der Fäbletten-Fäbletten. Okay, Sheriff, das ist genug. Du musst nicht wählen, wenn du mich hörst. Nur weil du das, was ich gefragt habe, bei Greenleafs, gibt es dir das Recht, zu tun, ohne Verwaltungen. Du musst das Geschäft, dieses Geschäft, Bigby. Und du musst mich, als seine Leiter. Starten jetzt. Du denkst, du hast was es braucht, um diesen Geschäft zu gestalten? Du denkst, ich habe nicht gemacht, ich habe gemacht. Ich habe gemacht. Und du wirst nicht in dieser Bedeutung eine Minute bevor du musst, zu geben auf etwas, was du interessierst, so die Räume nicht aus dem Wagen fallen. Ich habe das best ich konnte mit dem was ich hatte. Und die Stadt hat alles, was ich aus mir gemacht. Wenn ich vielleicht ein bisschen was mache, wenn ich ein bisschen was mache. Ja, die Sache ist, wir sind besser als du. wie du bist. Jetzt läuft er gleich. Jetzt läuft er gleich. Oder die zwei Dieb-Brüder kommen. Ich wusste es. jetzt drive-by. Und Crane wird erschossen? Nee. Der große böse Wolf wird das wohl richten, oder nicht? Na komm, du kannst ja da rauslaufen. Ja, die Dieb-Brüder. Oh je, das riecht nach Ärger. Bluebird? Nee. Hi. Was hast du da? Was ist hier post, oder was? Wer bist du? Wer bist du? Nein, 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 nein. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wie funktioniert das, ist, dass du hier den Crane gehen wie ein guter Hund. Ha, du kannst mich vergessen. Schau. 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 Tweedledee. Was ist das, äh, das Ding, die Mondays nennen? Was? Mein Nachnamen. Du weißt, worüber ich spreche. Äh, Bloody Mary. Bloody Mary. Du wirst gleich blutig sein, Mary. Schau. 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 Das ist wieder ein Fehler. Komm, das sind wirklich, wirkliche Ärsche. Jetzt wieder böse. Oh ja. Schnell, jetzt wieder böse. Jawoll. Mich erschießen wollen? Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ihr seid kleine Penner. Komm. Wer zum Wolf? Jawoll. Die schießen die ganze Zeit auf mich, ne? Jawoll. Leider kann ich nicht schneller laufen. Oh. Ja, jetzt wieder böse. Tja, Munition müsste euch mal ausgehen, ne? Komm, hol den dir. Komm. Schlag ihn. Ja, du bist der Nächste. Du hast dir das Falsche ausgesucht. Und schieß ihn rüber. Komm, Bloody Mary. Zeig, was du kannst. Komm, Bloody Mary. Zeig, was du kannst. Du bist der Nächste. Oh ja. Ich hätte ihn nicht umbringen sollen. Oh. Du bist der Nächste. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass du nicht so gut funktionieren würdest, aber ein bisschen, schnell, 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 schnell. Aber, wie es sich so aussieht, ist es einfach ein bisschen komisch. Na komm, 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 komm. Ich drücke schon. Ich meine, hey, guck, ich weiß, es klingt verrückt, aber wirklich, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Ich weiß nicht, es wird knapp. Es wird knapp. Nein. Nein. Es geht nicht, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Bitte. Hm. Hm. Ja, ich weiß es nicht. Nein. Mach das nicht! Wer ist das? Es ist dein Glück, Junge. Der schreckliche Mann sagt, es ist okay mit ihm. Ich hätte den einen nicht umbringen sollen. Oh, und zwischen uns Mädchen? Crane ist kein Körner. Ich meine, schau auf seinen Gesicht. Er könnte sich nicht auf einen Puck auf sein, wenn er seine Leben beteiligte. Nee, ich habe ihn umgebracht. Nein, nicht wie dein Freund hier. Au. Ich mag sie nicht. Nö, ich kann sie nicht leiden. Und dass ich die umgebracht habe, ja, das... Das tut mir leid, ich war gerade so... ...gefesselt. Im Kampf selber. Er ist glücklich, dass er alive ist. Und er wird nicht die nächste Zeit, wenn er so weitergeht. Das wird schlimmer. Wir haben keine Zeit, um zu sitzen und warten für ihre nächste Bewegung. Ich werde die Dinge unter Kontrolle. Woody? Ich werde dich nicht wieder sagen. Ich werde dich wieder sagen. Back off, dog. Das geht nicht mit dir. Was willst du zu sprechen? Ich wollte nur... Um... ...ein der letzte Nacht? Wenn die Leute hören, was du mit Dump hast, werden sie denken, dass du zurückgebracht hast. Das sind deine alten Wände. Don't hold out on me, Jack. You've always got some angle. Not this time. I know when a Mark's not worth the trouble. Do you? Don't make me come down there to deal with you. I don't want it. You don't want it. Then again, you don't have much choice at this point. Do you? It's a very interesting thing. Yes, it's very interesting. Oh, here I see my rating. Okay. Yes, it's okay. I want to know what the others did not do. Ah, there are more trees. Something you want to know. That's not worth it. Ja, sehr spannend, sehr spannend, sehr spannend. Wie es weitergeht, seht ihr natürlich in der Episode 4, wenn sie kommt, natürlich aktuell auf meinem Kanal. Und ja, es hat sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch natürlich begeistern für dieses kleine Spiel. Und viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal und vor allem bis zum nächsten Mal. Euer Memento Mori. Ciao, ciao.